Bevor man gewusst hat, dass verschiedene Blutgruppen existieren, haben viele Blutübertragungen von einem Spender zu einem Empfänger tödlich geändert. Damals wusste man nämlich noch nichts über die gegenseitige Unverträglichkeit von verschiedenen Blutgruppen. Mittlerweile hat sich das sogenannte AB0-System von dem österreichischen Arzt Karl Landsteiner durchgesetzt. Laut diesem System kann man zwischen vier verschiedenen Gruppen unterscheiden, und zwar Blutgruppen A, B, AB oder 0. Diese Unterscheidung erfolgt durch das Vorhandensein von Antigenen. Antigene sind Moleküle, die sich auf der Oberfläche von Erythrozyten befinden und ihre Struktur festlegen. Es gibt zwei verschiedene Antigene, das Antigen A und das Antigen B. Welche Antigene man besitzt, ist erblich festgelegt. Es hängt also von der Blutgruppe der Eltern ab. Besitzen die Erythrozyten das Antigen A, so bilden sie auch die Blutgruppe A. Besitzen sie das Antigen B, so bilden sie die Blutgruppe B. Befinden sich sowohl Antigen A als auch Antigen B auf den Erythrozyten, so handelt es sich um die Blutgruppen A, B. Besitzt er allerdings keines der beiden Antigene, dann handelt es sich um Blutgruppe 0. Jetzt wissen wir also, wie man die einzelnen Blutgruppen bestimmen kann. Aber warum sind Blutübertragungen, sogenannte Bluttransfusionen, von unterschiedlichen Gruppen so gefährlich? Dafür muss man wissen, dass es noch weitere Moleküle gibt, und zwar Antikörper. Antikörper sind Proteine, die im Blutplasma vorhanden sind und auf bestimmte Antigene reagieren. Auch bei Antikörpern unterscheidet man zwei verschiedene Sorten, nämlich Antikörper A, die gegen das Antigen A gerichtet sind, und Antikörper B, die gegen das Antigen B gerichtet sind. Jede Blutgruppe besitzt immer nur Antikörper gegen fremde Antigene. Ansonsten wird eine gefährliche Immunreaktion ausgelöst werden. Die Antikörper werden mit den Antigenen nämlich verklumpen, einen Prozess, den man als Hemagglutination bezeichnet. Das hätte zur Folge, dass die Erythrozyten ihre Transportfunktion nicht mehr erfüllen könnten und ein Blutpropfen die Blutgefäße verstopfen würde. Diese Reaktion hätte im schlimmsten Fall den Tod zur Folge. Aber schauen wir uns jetzt noch einmal die einzelnen Blutgruppen an. Das Blutplasma der Blutgruppe A enthält Antikörper B und das Blut der Blutgruppe B enthält Antikörper A. Weil das Blut von Menschen mit der Blutgruppe A, B sowohl Antigen A als auch Antigen B enthält, besitzt diese Blutgruppe keine Antikörper. Weil hier keine Antikörper vorhanden sind, können Menschen mit der Blutgruppe A, B das Spenderblut von allen anderen Blutgruppen erhalten. Man bezeichnet sie daher auch als Universalempfänger. Anders sieht es aus bei Blutgruppe 0. Dieses Blut besitzt keine Antigene, weswegen im Plasma sowohl Antikörper A als auch Antikörper B vorkommen. Sie können daher nur das Blut von anderen Menschen mit der Blutgruppe 0 empfangen. Allerdings kann Blutgruppe 0 an alle anderen Gruppen gespendet werden, weil sie keine Antigene enthält, die mit den Antikörpern des Empfängers reagieren können. Man bezeichnet Menschen mit dieser Blutgruppe daher auch als Universalspender. Aber Moment mal, könnten nicht die Antikörper der Blutgruppe 0 eine Hemagglutination in den anderen Blutgruppen auslösen? Nein, können sie nicht, denn das Spenderblut wird vor einer Transfusion noch ein bisschen bearbeitet. Unter anderem wird auch das Blutplasma entfernt. Und da sich die Antikörper ja im Plasma befinden, werden sie dadurch gleich mit entfernt. Kommen wir zu der Bestimmung von Blutgruppen. Ursprünglich verwendete man dafür Blutserum, das Antikörper enthält. Anhand der Verklumpung hat man dann erkannt, um welche Blutgruppe es sich handeln muss. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Fügt man zu unserer Blutprobe Serum mit Antikörper A hinzu, verklumpt es und fügt man Serum mit Antikörpern B hinzu, passiert nichts. Das bedeutet, dass Antigen A vorhanden sein muss, aber nicht Antigen B. Somit handelt es sich um die Blutgruppe A. Beim nächsten Beispiel passiert beim Kontakt mit Antikörper A nichts, aber es verklumpt mit Antikörper B. Es muss also Antigen B vorhanden sein, aber Antigen A nicht. Somit handelt es sich um die Blutgruppe B. Als nächstes verklumpten beide Proben mit den Antikörpern. Das bedeutet, dass auch beide Antigene vorhanden sein müssen, weswegen es sich um die Blutgruppe A, B handelt. Zum Schluss passiert sowohl beim Hinzufügen von Antikörper A als auch von Antikörper B nichts. Das heißt, es sind keine Antigene vorhanden und es muss sich um die Blutgruppe 0 handeln. Aber schauen wir uns das Ganze als Zusammenfassung noch einmal übersichtlicher an. Menschen mit der Blutgruppe 0 dürfen nur das Blut derselben Blutgruppe erhalten. Sie sind allerdings Universalspender und können ihr Blut an alle anderen Blutgruppen spenden. Blutgruppe A kann sowohl Blut der eigenen Blutgruppe empfangen, als auch Blut der Blutgruppe 0. Sie können ihr Blut Menschen spenden, die ebenfalls Blutgruppe A besitzen, aber auch Menschen mit der Blutgruppe A, B. Ähnlich sieht es aus bei Menschen mit Blutgruppe B. Sie können ebenfalls sowohl Blut der eigenen Blutgruppe empfangen, als auch Blut mit Blutgruppe 0. Sie können ihr Blut Menschen spenden, die ebenfalls Blutgruppe B besitzen, oder Menschen mit der Blutgruppe A, B. Und zuletzt können Menschen mit der Blutgruppe A, B als Universalempfänger das Blut von allen anderen Blutgruppen erhalten. Sie können ihr Blut allerdings nur an Personen mit der gleichen Blutgruppe spenden. Das war auch schon wieder das Wichtigste über das AB0-System. Im nächsten Video geht es weiter über ein weiteres sehr wichtiges System bei der Blutgruppenbestimmung, das Rhesus-System.